Schöne Gruppe! Schöne Gruppe! Wenn man in die Zunge kommt, schaut das aber nicht mehr. So, wir machen auf, wir machen das mit. Zuerst mach mal die Daumen. Ja, Patsch, jetzt schon. Zuerst die Daumen. Geben wir da, Roter machen, so bestellen. Ist der Franz? Franz, so. Geh mal. Wir fangen nun an mit der Blauerzeremonie. Dritte bei den Damen ist die Hata Maraduela vom Arbe-Pital Logik, gerade in Niederösterreich, in einer Zeitform 41, 47, 33. An zweiter Stelle die Käferberg Simone vom RCRA Arbe-Bike-Foint Innsbruck, in einer Zeitform 41, 02, 78. Und? Bettina ist beim Umziehen. Die Hata Maraduela vom Arbe-Pital Logik, gerade in Niederösterreich, in einer Zeitform 41, 47, 33. Zweite, die Käferberg Simone vom RCRA Arbe-Bike-Foint Innsbruck, in einer Zeitform 41, 02, 78. Applaus Und erste, unter 40 Minuten, John Bettina vom RCRA Martin-Foint Innsbruck, in 39, 24, 74. Applaus Die Blumen werden überreicht von Geschäftsführern des Kitzbühler-Anzeigers, einer unserer Sponsoren, Peter Höbert. An dritter Stelle, Spensberger Felix von RCRA Unkron Debello-Bikes, in einer Zeitform 30, 19, 27. Applaus An zweiter Stelle, Leopold Hansjörg von WSA Piper Bike RL Kärnten, 30, 07, 56. Applaus Und erster, Schöpfmann Martin, WSA Piper Bike RL Kärnten, in 29, 56, 13. Applaus Die Blumen werden übergeben, von der Obfrau des S-Bahn-Feedsportes, der schlechter Katrin. Applaus Applaus Die Blumen werden übergeben, die Kaffee rutschen, die Kaffee bauten, die Kaffee dressen und die Kaffee. Im Kontext und den Kaffee kreibern, die Kaffee kreibern, die Kaffee beantachten, Vielen Dank.